Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Lag Minecraft, lol. Alter. Ai, ai, ai. Egal. Gut, ja, zu Skyblock. Minecraft Skyblock. Und wir müssen jetzt erstmal... Haben wir noch genug Kopp? Ich hoffe, wir haben noch genug Kopp. Sieht gar nicht mal so gut aus. Habe ich hier noch irgendwie? Oder da? Nirgends mehr Kopp. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen Koppelstun fahren. Schaut mir zumindest so aus. Wir haben ja noch mal Stein. Und hier haben wir die Steinziegel. Ah. Perfekt. Perfekt. Nice. Ist... Wow. Schön. Die wollte ich auch nutzen, um halt... Ja. Unten... Die Dings an... Äh... Den Boden zu machen in so einem Haus. Und vielleicht auch das Dach, aber das weiß ich noch nicht genau. Wir machen jetzt erstmal... Ja, den Boden. Und das Problem ist halt... Dass wir da... Den Boden hier einmal komplett rausreißen müssen. Äh... Ja. Und, ähm... Hä? Die Folge kommt ja... Kam ja heute ein bisschen später. Ähm... Ja... Das tut mir leid. Ich hatte gestern keine Zeit mehr aufzunehmen für heute. Und... Dann wollte ich heute eigentlich auch beim... Rechtzeitig aufstehen, damit ich noch rechtzeitig aufnehmen kann. War dann aber so müde. Und... Ja... Dadurch bin ich dann halt nicht aufgestanden. Sondern hab lieber weiter geschlafen. Bisschen länger. Deswegen... Hab ich's nicht mehr rechtzeitig geschafft aufzunehmen. Sodass es hier um 14.30 Uhr online kommen konnte. Deswegen wird es wahrscheinlich so um 16.30 Uhr online kommen. Und... Wie gewohnt... Eigentlich heute Abend sollte dann auch nochmal Pokémon Mystery Dungeon kommen. Um 18.30 Uhr. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. So, zack. Nice. Okay. Dann haben wir schon mal gleich... Den Boden unseres Hauses ist doch... Das ist... Das ist doch auch schon mal was wert. Würde ich mal sagen. Ist doch was wert. Ach, ja... Übrigens, warum halt keine Folge mit Flo kommen? Ja, meistens... So wie heute zum Beispiel... Bin ich dann in Zeitdruck und... Ja, brauche diese Folgen. Und dann kann ich nicht darauf warten, dass Flo mir endlich antwortet. Um aufzunehmen. Oder... Er antwortet mir allgemein nicht. Ähm... So, dass ich nicht mit ihm aufnehmen kann. Oder er hat keine Zeit zum Aufnehmen. Oder... Dies, das. Deswegen... Ja... Nehme ich halt hauptsächlich so alleine auf. Momentan. Ist halt ein bisschen scheiße. Klar. Aber... Kann man jetzt nicht ändern. Mach ich das... Mach ich das so. Ja, so. Können wir schon mal eine Tür craften. So. Zack. Das macht sogar drei Türen? So, wann kriegt man davon drei Türen? Ha. Äh... Was ich nochmal schnell in den Ofen schmeißen könnte... ... ist auf jeden Fall Glas. Beziehungsweise Sand halt. Damit wir daraus Glas machen können. Haben wir genug... Oha. Fehlt hier wieder irgendwie zufällig irgendwas? Ne, ne? Oh Gott. Hey. Nervige verdammte Endermänner. Machen wir zwei Stacks Sand. Zu Glas würde ich sagen, dass... Ja, wir brauchen eh nicht so viel Sand. Würde ich jetzt mal so sagen. Sagt er und beschwert sich später, dass kein Sand mehr übrig ist. Ja. So wird es wahrscheinlich kommen. So wird es passieren. So. Und dann... Zack. Zack. So. Hier wird es ganz... Ganz stumpf halt. So ein normales... So ganz normal sein hier. Oh, Mensch. Ja, doch. Hm. So, so, so. So, so. Na, ha. Wow. Dein Ernst, Toki. So. Dann muss ich das erstmal noch zwei höher ziehen. So und so. So und so. So und so. Ach ja. Hier und 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 hier. Und... Dann hier drüber jetzt. Ach dein Ernst? schon wieder verbaut. Mano. Irgendwie gefällt mir das hier eigentlich noch nicht so. Ich meine, eigentlich brauche ich hier auch keine Fenster drin. Weil... Ja. Prägt ja nichts, da Fenster zu haben. Und wir machen das mal so. Das bringt ja eigentlich nichts, ne? Das kann ich auch wegmachen. So. Moment, ich will nochmal kurz hier hübe... hier hübe? Ja, hier hübe. Dann muss ich nämlich, oder will ich nämlich, einmal die ganzen Dings hier wegmachen. Und dort noch Slapsen. Zack und zack. Das ist bei den dreien, genau. Hier hinten. Okay. Zack. Und Fackel und Fackel. Wie komme ich hier jetzt wieder hoch? Ist eine gute Frage, Doki. So. Ja, so komme ich wieder hoch. Hoi, hoi, hoi. Okay, gut. Dann hätten wir schon mal das Unten-Taus. Und oben, wie gesagt, können wir dann ja eigentlich... Können wir die hier abreißen. Moment mal. Könnten wir nämlich hier so machen. Hier so eine kleine Terrasse bauen. Würde ich mal sagen. Ich glaube, ja, ja, ja. Dürfte ganz cool sein, eigentlich. hier jetzt so eine kleine Terrasse. Zack, 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 zack. Okay, so. Hier kommt dann später die Küche hin. Dann jetzt. Ähm, mit einem Durchgang hier bis hier hier die Werkbank. Werkbank. Werkbank und... Moment. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch eine Kiste. Ähm. Was wollte ich machen? Leitern. So. Drei Leitern reichen, glaube ich, nicht. Ne, ich brauche noch ein paar eigentlich, um da weiter hoch zu gehen. So. Warum habe ich... Warum fehlt mir ein Holz? Ist das rausgefallen? Ja. Wollte ich schon sagen. Ist so ungewohnt, so eine ungerade Anzahl an Holz zu haben, wenn ich eh alles symmetrisch baue. Hm. So, zack. Das dürfte jetzt aber reichen. Und dann brauche ich noch Zäune. Das war so, oder nicht? Ne, das war Zauntür, ne? Ja. So. So. Ich glaube, wir haben sogar noch genug Zäune eigentlich, oder? Egal, aber nicht in dem Holz. Stimmt. So. Von hier aus kommt man noch nicht rein oder so. Das ist einfach nur so eine gemütliche Ecke draußen. Hier kommt dann alles mit Glas umrundet. Und. Ho. Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Der ist ja fast runtergefallen, Also, dass ich da so halt leicht runtergeknickt, geknickst bin. So. Hey, Jutsch. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt mal ein bisschen Glas. Ein bisschen anderen Schmarrn. Dreck brauchen wir eigentlich nicht. Oh, hier habe ich noch mega viele Leitern. Wow. Ähm. So. Das brauche ich und das brauche ich. Warum schreien die denn jetzt beim... Oh. Unterhaltet euch doch einfach, indem ihr euch unterhaltet. Meine Familie gerade, die schreit rum. Unterhält sich dadurch, anstatt sich einfach so nebeneinander zu stellen und normal im Ton zu unterhalten. Ah. Kennt ihr das? Normale Menschen, Leute. Normale Menschen unterhalten. Ne. Telefonieren. Ähm. Okay. Ist echt so wenig ausgeleuchtet, meine Maus. Meine Maus. Ich habe halt übrigens durchgehend gedrückt, ne? Ich lasse die Maus die ganze Zeit nicht los. Die rechte Maustaste. Meine Maus schmackt wieder ab. Geil. Ähm. Normale Menschen unterhalten... äh... Telefonieren in dieser Lautstärke. Nicht meine Maus. Nicht meine Maus. Definitiv nicht meine Maus. Meine Maus... Telefoniert in einer Lautstärke. Das ist unglaublich. Sie schreit förmlich ins Telefon. Kann ja sein, dass die andere Person ein bisschen weiter weg ist, ne? Zum Beispiel so. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall schreit sie die ganze Zeit ins Telefon. Das ist so anstrengend. Kennt ihr das Gefühl? Oder kennt ihr das? Von allen Eltern oder so? Und so? Ja, machen wir es so. Ja, und so. Ja. Ist halt... Ne. Das ist anstrengend. Vor allem, wie gesagt, jetzt gerade eben auch meine Familie total rumgeschrien, obwohl die sich einfach normal nebeneinander hinstellen können und reden können. In einem normalen Ton. Oder in einer normalen Lautstärke. Warum habe ich hier das Fenster eigentlich weggemacht? Kannst du ja noch irgendwie... Eigentlich kann man da ja so irgendwas hinstellen. Geht ja noch. Ist ja nicht so wie hier. Obwohl man eigentlich so... Ah, ne. Ich habe mir gerade so überlegt, eigentlich könnte man ja Pixel Arts so von unserem... von meinem Haus weg da hinten irgendwo hinstellen. Also so im Cheat-Modus halt, klar. Aber so Pixel Arts halt. Dass wir dann hier oben noch so ein Fenster bauen oder so. So ein riesiges so Panorama-Fenster. Und dann so Pixel Arts da hinten cheaten, bauen, so gesehen halt. Mit Ressourcen. Wäre jetzt so... Weiß nicht. Wäre eine ganz coole Sache eigentlich. Zumindest ein Pixel Art. Irgendwie link oder so. Wäre ganz cool. Wäre ganz cool. Holz fällen wird später auch nochmal witzig. Muss ich auch demnächst mal wieder machen. Hä? Dürfte definitiv nicht reichen, aber ich brauche hiervon auch noch mal ein bisschen was. So. Ja man, ich weiß es halt. Hey. Oh. Ja, komm her. Wo ist denn jetzt hin? Wow. Ist er weg. Schön. Ähm. Ja, wir brauchen halt ein paar Mengen mehr an Holz. Ey, warum... Warum portet er sich dann immer weg? Was ist denn mit ihm? Ich will nur spielen. Ähm. So. Äh, äh, ähm. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich die obere Etage gestalten soll. Ich hab echt noch keine Ahnung. Das ist halt so mein Problem. Momentan. Ich hab keine Ahnung, wie ich die obere Etage machen soll. Aber Moment. Wieso? Wir brauchen noch mehr Holz. Ich muss demnächst mal Holz füllen wieder. Wir machen auch, glaube ich, eine Holz-Axt. Äh, ne, ne, eine Diamant-Axt. Weiß ich noch nicht. Irgendwie so wahrscheinlich. Ja, doch. Ähm. Ich glaub schon. Ich glaub, wir machen jetzt eine Diamant-Axt und gehen eine restliche Part Holz füllen. Ja. Geh weg. Eglige Stein-Axt. Der Holz ist da hinten, ne? Äh, Diamanten meine ich, ist hier hinten. Ja. Und wir haben die zehn Ender-Perlen. Da nochmal kurz hier reingucken. Nichts Interessantes. Wir sind wahrscheinlich auch einfach echt viel zu weit weg, oder? Dafür. Wir sind ja mega weit weg. Also eigentlich spawnen dann ja nicht so wirklich Monster. Aber, naja, ähm, so. auch mal ein bisschen. So. Pastix haben wir jetzt. Axt. Ähm, kann ich jetzt mal den ganzen anderen Schmalen wieder wegklatschen. Ich hab den Dings gehört. Enderman. So, das hier rein. Mein Holz hier oben sortieren. Holz-Türen. Zäune. Ich glaub, die Zäune brauch ich auch nicht mehr. Die Tür vielleicht doch schon eher. Das kann hier rein. Leitern pack ich auch erstmal wieder rein. Och, den ganzen Schmarrn hier brauchen wir jetzt echt nicht unbedingt. Die Pilze pack ich mal kurz hier rein. so. Ist hier oben der Typ? Ne. Hä. Ich glaub, das bringt nichts mit den Bäumen, oder? Ne. Ich glaub, das bringt nichts. Die kriegen wir nicht. Die wachsen, glaub ich, nur im Schnee oder so. Keine Ahnung. Bisschen doof, aber egal. So. Schwarz-Eichel kommt hier hin. Ähm. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an, hier abzubauen. Wartet, ich baue mich mal eben hoch und baue von hier aus ein bisschen weiter. Ab. Weil das ja ein Riesenbaum ist hier. Ich bin gespannt, wie viel wir nach diesen drei, ich glaub, es sind drei Bäume oder so, die gewachsen sind und diesen drei Bäumen bekommen an Holz. Das ist, äh, bin ich mal gespannt. Alter! Das ist jetzt schon ganz schön viel. Alter, aber echt viel. Na, ich brauch das ganze Holz halt auch. für mein Häuschen. Deswegen. Also, finde ich es jetzt nicht unbedingt schlimm, dass wir so viel herausbekommen. Wir können auch mal eine Schere machen irgendwann. Dann haben wir noch ein bisschen Eisen. Und daraus dann, ja, äh, damit dann die Blätter hier abbauen, damit ich ein paar Blätter, da ist auch noch mehr Holz oben. Alter. Ei, 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 ei. Heilige Scheiße! Was ist das für ein Riesenbaum, Leute? Könnt ihr mir das mal erklären? Heilige! So langsam ist gut jetzt. So langsam ist echt gut jetzt. So, hier ist glaube ich nichts mehr. Nee. Ja, der noch. Dann haue ich jetzt mal die Stämme weg. Ich habe sicherlich was übersehen. Ich habe definitiv was übersehen, ey. Definitiv habe ich da was übersehen. Ich sehe da auch schon eins. Da oben. Nice. Nice, nice. Ach ja. So, jetzt aber nicht mehr, oder? Habe ich jetzt noch was übersehen? Ja, das sind die anderen Holz. Sorten, Holzarten. So, nee, ich glaube, mir habe ich nicht übersehen. War der eben auch schon da? Ich glaube, das gerade ist gewachsen, oder? Naja, aber der Bad ist eigentlich auch gleich schon zu Ende. Ich will eigentlich, wie gesagt, nur schnell die Holz, die Holz, die Bäume, Bäume. Bäume war das Wort. Bäume abholzen. Wie viel Holz wir einfach bekommen haben über einen Stack, ey. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja, ja. Komm, dein Ernst? Wie viel ist hier, Alter, wie viel einfach gewachsen ist? Abnormal. Hier ist noch ein Holz. Nice. Ich habe da noch was übersehen. war ja irgendwie klar, ne? War ja irgendwie klar. Alter, Vater. Ja, ich denke, ich habe trotzdem noch irgendwo was übersehen. definitiv. Definitiv noch. Erstmal ein paar Setzlinge, die ich aufheben kann. Oh. Zack. Und. Das dürfte aber eigentlich doch alles gewesen sein. Hier ist der Dschungelbaum halt noch, ne? Aber sonst... Ich hoffe, ich kriege ein Setzling raus. Noch kein Dschungelsetzling. Aber Karts hier immerhin. Setz hier aber auch erst gleich, wenn alles weg ist. Alles gedespawnt ist. Mann. Obwohl, hier kann ich eigentlich schon mal anfangen. Zack, zack, zack. Dann mache ich nämlich die drei Holzarten. Und hier sind vier, ne? Was brauche ich denn nicht mehr so viel? Eigentlich brauchen wir Dschungelholz ja nicht viel, ne? Das ist okay, machen wir Dschungelholz eine Reihe. Machen wir zwei Reihen. Davon bin ich hoffentlich noch Dschungel überhaupt bekommen. Dschungel Setzling. Dann eine Reihe von den Akazier. Ich glaube, Akazier brauchen wir auch zwei Reihen, oder? Ne, wir brauchen eher Birke zwei Reihen. Ja, eher Birke. Eher Birke. Ich habe da oben doch noch Holz vergessen, oder? Komm ich da? Ja, da. Das war es jetzt aber, glaube ich. Das war es jetzt wirklich. Wieso haben wir keine Dschungel Seeds? Wann mal. Für Dschungel Seeds. ist Akazier. Da ist einer, oder? Ne, ist Akazier. Hm. Okay. Dann halt nicht. Habe ich da oben noch ein Holz vergessen? Warte mal. Ich bin... Ja, okay, dein Ernst? Oh! Hier, hier auch? Ja. Türlich. Gut. Okay. Ich glaube, das war es jetzt aber. Ja, das war es jetzt mit dem Part. Druck mal auf den Baum. Ja, Mann. Druck mal auf den Setzling. Immerhin. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Apfel. Haut da rein. na. Na. Bye.